Öh, öh! Ich muss Paguri entschuldigen, ich neige mich zu Rohheit. Entschuldigt bitte, das war unser Fehler. Sag mal, seid ihr in einem bestimmten Grund hergekommen, der aus dem Scheißteil was auf seinem dummen Panzer da oben rumdödelt? Das Bohrenfragment an der Schale? Ach, diese Bohne war derart bedeutungsvoll... Ja! Im Grunde liegt ein ganzes... Du ganzer Planet in dessen Dings, aber egal, scheißegal. Wo ich da versehe, verfickt und fugenäht. Dankeschön, war ja auch nervig genug. Sternboni! Du hättest einen Sternbon-Fragment, du brauchst noch drei Fragmente. Und was macht dieser dumme Prinz? Ich bin doch einfach fünf in Pfeile geforfen. Ich bin doch noch so eine Mühe gegeben. Hä? Seid ihr wohl schon gehen? Ja? Hört doch noch eine Weile, fickt euch. Immer seid ihr immer beschäftigt, echt mal. Ich bin beschäftigt. Kann ich hier mit eurem Kindergarten bleiben? Abkürzung, es gibt solche Abkürzungen, irgendwie andauern kann das sein. Okay. Der Boss war aber mal echt sau einfach. Wenn ich jetzt mal an dieses eine dumme Pflanzenvieh erinnern darf, was quasi mir mein Leben ruiniert hat. Gönne Boni, ich hoffe, die sind echt mal noch zu was wert. Entschuldigung, bin ich immer noch ins Mikroost, aber wie gesagt, das Stummschalten ist ein bisschen problematisch so schnell. Ich würde am liebsten noch schnell zurückgehen. Wozu habe ich denn meinen Speed-Knopf? So. Ja genau, hier. Ah, Moment mal, ich bin von da? Ja, okay, ich bin einmal durchs ganze Meer gefetzt, also von daher. Ja, Bonenstadt-Ost. Wir gehen nochmal nach Bonenstadt. Oh, ja, super schlau. Ach, ihr könnt den Scheiß auch? Na, komm. Ach, pff. Geh doch halt Selbstmord. Du bist scheiße, weißt du das? Du bist sauscheiße. Allein, weil du das machst. Und das, ja, schützt dich auch davon nicht. Sonst, Moment mal, ich will nochmal was, äh... Komme ich da... Bonenland-Nord? Am liebsten will ich nochmal in dieses eine Gebiet rein. Da war ja auch so, in diesem Gebirgsland. Da muss ich definitiv irgendwann nochmal rein. Also in diesen... Dafür muss ich, glaube ich, in den Grinsewald. Weil da war ja auch noch so ein fetter Koopa, den wir jetzt könnten umstoßen. Ja, wir können... Den können wir jetzt, glaube ich, umstoßen. Jetzt... Ja, was heißt hier, glaube ich? Den können wir umstoßen. Das weiß ich sogar. Scheißvieh. Und... Zack, und du stirbst. Zack, tot. Vor allem, wenn ich nochmal... War das Ding schon immer da? Aha. Erfinden wir... Erfinden wir hier schon wieder neue Wege? Hm? Boxen-Orakel. Synchronboxen. Ja, das ist doch hier... Hä? Okay, dafür brauchen wir wohl eine andere Fähigkeit. Ah, nee, doch nicht. Tja. Lachhaft. Mal, äh, Luigi? Nee. Einer muss runter. Aber... Ich kann mich ja nicht zu weit entfernen. Ach, machen wir so genau. Nee, doch nicht. Okay, das ist schwer. Nee, doch nicht. Na, komm. So. Äh, ja. Hm. Nee, Mario muss sprengen. Warum auch immer. So. Sauber. Und weiter geht das. Was bist du? Glückwunsch! Ich will mir ein kleines Souvenir. Eine Wollhose. Mal gucken. Äh, Karrohose. Wollhose. Verschlechtert mich. Was? Das Ding hat Auto-XP-Erholung? Okay, bei ihm senkt es sie nur um... Um drei. Bei ihm glatt um so viel. Mario... Äh, Luigi hat aber diesen Erstschlag. Machen wir das anders. Machen wir ihm... Dann geben wir dir jetzt... Die erste... Was? Oder brauchst du das? Komm, kriegst du die erste Rose. Wofür... Seit wann habe ich so viele Orden? Landrad... Was? Eine Empfehlung für Anfänger. Aha. Das hängt ganz schön. Was? Sprung auf Shana 2. Stachelkiller. Okay, muss man unbedingt wieder einkaufen. Deswegen gehen wir da, glaube ich, jetzt auch mal wieder in die Stadt. Aber dieses Auto-Regeneration... Bei Luigi? Ich glaube, das dürfte noch hilfreich werden. Das dürfte sich echt noch als... Verspricht doch, dass sie zu werden... Capframs! Piss dich! Ach, ich musste hier sogar hin. Nee, doch nicht. Oh! Ich habe gleich gefunden, wo ich wieder hin muss. Moment mal, echt jetzt? Tatsache, hier wäre das Zweite. Aber ich dachte, denen wäre egal, wo es hin soll. Okay, Moment mal, aber... Da will ich jetzt ja noch gar nicht hin. Ich will eigentlich erst mal in die Stadt. Zack. Ich will eigentlich erst mal... Ja, der heilt sich tatsächlich zwar ein kleines bisschen, aber er heilt sich. Das gefällt mir. So Autoregender finde ich immer gut. Also, ich mag das. Zack. Oh, feg dich, Mann! Ihr seid doch echt nicht mehr... Ja, ihr seid doch echt nicht mehr interessant. Ja, aber die Wollhose finde ich geil. Super Move! Super Move! Was auch immer du damit bezwecken willst. Noch. Der heilt sich echt immer. Das finde ich geil. Autoregender mag ich. Mochte ich auch schon immer irgendwie. Das war dumm. Wieso mache ich das? Ja, heil dich doch, du Scheißvieh. Verpistol... Verpistol... Ey, hallo? Ach, schade. Er hat ja keine Flächenangriffe. Aber Luigi... Neue, jab, jab, jab. Probleme? Dummes Vieh. Ich wollte gerade sagen, da machst du wenigstens schnell. 24. 24. Und senkt schön die Verteidigung bei diesen Viechern. Na, überhaupt! Zack! Also, hier hinzufinden ist nicht schwer. Einfach da dem Weg folgen. Jetzt muss ich nur wieder... Okay. Hätte ich jetzt diesen Stachelkiller, wäre geil. Heilung. Das ist echt optimal. Okay. Hier einfach... Ey! Ich will Feierabend machen für heute, du Vieh. Du Fisch. Das fange ich auch schon so an. Scheiße. Dankeschön. Ich muss einfach da raus und dann... Genau. So, jetzt will ich aber nochmal Orden kaufen gehen. Ordens. Ich habe es hier, Ordens. Ich will aber auch wieder Pilze. Ich habe sieben dabei. 14. Sirup will ich mich aufstocken. 15. Frischwurz will ich mich auch aufstocken. 10. One-Up-Pilze. Zwei. Zwei. Ultranüsse. Boah. Heftig. Eklig. Super Sirup. Zwei. Okay. So, jetzt will ich aber... Bevor ich wieder alles für Items ausgebe, will ich hier noch Bohnen... Äh, Orden hier kaufen. Was? Verfick dich mit deinen dummen Informationen. Nein, 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 nein! Nein! Geil, das wusste ich gerade, weil ich da eben war. Ach, scheiße. Ich sollte echt aufhören, diesen Vorspülknopf zu benutzen. Dumme Scheiße. Oh, fuck. 100 Münzen einfach mal aus dem Fenster geworfen. Modische Orden, so. Prachtvoll. Grenzen sehr schön. Kampfglück, öfters ein... Ah, oh, das ist was Gutes. Die kaufe ich doch mal. Nicht benutzen. Einfach mal mitnehmen. Schlussorden. Das war das. Konter plus. Versteckonter bei Verteidigung. Auch nicht schlecht. Samariter. Weißgünstig und haltbar. Kaufen. Brüderpower. Gibt ordentlich Brüderpower. Ordentlich? Gibt zwei dazu. Aber steigert den Angriff ganz schön. Wunderorden. HP plus Sprung. Was? Bei Solosprüngen steigen die HP. Uh. Und steigert den Angriff der Herbst. Solo-HP-Orden. Höhere HP bei Einsatz der Solo-Hand. Ich glaube, ich kaufe den hier. Bei Solosprung steigert die HP. Weil ich setze mit Mario hier oft gern den Sprung ein. Ich kaufe den. So, das müsste mal verkaufen. Da können wir ja irgendwas verscheuern. Und die Karro-Hosen. Moment, ich gucke erst nochmal nochmal, was jetzt ausgerüstet ist und dann verkaufe ich. Bevor ich jetzt irgendwas verkaufe, was ich vielleicht noch brauche. Also, du hast die erste Hose, die möchte ich auch behalten. Und die Wollhose möchte ich auf jeden Fall behalten. Dann hatten wir jetzt hier, was, welchen haben wir denn gekauft? Öfters mal ein glücklicher Schlag. Nein. Äh. Du hast den Wunder-Orden. Genau. HP-Plus-Sprung. Das war das. Deswegen hast du jetzt auch eigentlich so viel Power wie Luigi. Und die erste Hose dazu. Gut. Okay, das heißt, den Rest kann ich also doch verscheuern. Dann habe ich nämlich wieder ein bisschen Geld und kann mir noch ein paar Items kaufen. Ähm. Den behalte ich mal. Den Stachel-Killer brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Bonia-Orden brauche ich erst recht nicht. Brauche ich auch nicht. Bohnen-Orden. Karrohose. Auch nicht. Den Rest brauche ich. Der zeigt mir ja auch nur an, was ich hier nicht ausgerüstet habe. Aber den möchte ich trotzdem irgendwie behalten. So. Wo ist der Ausgang? So, und jetzt holen wir uns noch mal ein paar Items. Also sprich, ja, Pilze und Gedöns. Weil das ist mir einfach wichtig, dass wir viele Pilze und so haben. Ich würde mich echt mal jetzt fragen, wie lange wir aufgenommen haben. Wahrscheinlich ziemlich lange. Es ist jetzt die zweite Aufnahme-Session hintereinander. So, wir holen uns ein paar. Super-Pilze. Zwei Stück. Denn ein paar. Ich glaube, ich hol mir mal welche. Ich hol mir mal eine Ultra-Nuss. Äh. Zehn habe ich davon. Ich brauche mehr Pilze. Vielleicht nochmal sechs. One-Up-Pilze kann ich mir jetzt nicht mehr kaufen. Das heißt, ich kaufe mir noch ein paar Nüsse. Ja, ich kaufe mir noch ein paar Nüsse. Mhm. Oder Super-Nüsse. Ich kaufe mir Super-Nüsse. Obwohl, Nüsse kann ich zwei... Läuft dasselbe hinaus. Nimm mir eine Super-Nuss. So. Wo ist der Ausgang, du Spast? Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal saven. Und dann war es das auch für heute. Haben wir heute wieder gut was geschafft, glaube ich. Dürfte eigentlich viel gewesen sein. Und dann muss ich mir nur den Weg merken. Zack. Das war's. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute.